Wenn eine grobe Bewegungsvorstellung da ist, trainieren wir immer die ganze Bewegung. Das heißt, wir brechen das nicht mehr runter und trennen irgendwas in nur Arm oder nur... Wir machen immer die komplette Bewegung. Die Untersuchung, was motorisches Lernen angeht, ist, wenn ich die komplexe Bewegung mache und den Fokus auf einen Teilaspekt lenke, es funktioniert am schnellsten, ist der größte Transfer. Sobald eine Bewegungsvorstellung da ist, wenn jemand noch nie Volleyball gesehen hat und noch nie Baggern gesehen hat, dann muss ich weiter runterbrechen. Sobald aber diese Grundvorstellung da ist, immer die ganze Bewegung. Wenn du bei einem Key bist, bist du bei dem Key. Natürlich habe ich noch drei, vier andere Sachen gesehen, aber das interessiert in dem Moment nicht. Weil das ist Overload. Wir reden viel zu viel. Okay, mach die Hände, mach die Arme, nicht Beuge, mach die Beine, beweg dich hinterm Ball und mach das. Keine Chance. Also wir Trainer denken häufig, dass der Spieler viel, viel mehr verarbeiten kann, als das wirklich der Fall ist. Deswegen mach das einfach, mach das einfach. Vielen Dank.